jo leute und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal heute kommt wie versprochen die auflösung zum giveaway von den aqua red lines zweier stück und auch wie gesagt werden da zwei random kommentare gepickt unter dem video und diese zwei werden dann auch die zwei also jeder gewinnt eine aqua red line nicht zwei gewinnen zwei falls das wer nicht verstanden hat und ja ich lad mal die comments noch mal neu 70 stückstens an der zahl dann würde ich auch gleich sagen lasst den ersten ziehen der erste gewinner ist super mario 18 5 gleichmals einen steam trading kommentiert das ist praktisch für mich weil ich ihm gleich den offer schicken warum nicht so anschreiben gut dadurch schreibe ich mir halt noch mal worauf sicherheitshalber falls ich vergessen werde also wie super mario gut glückwunsch mal an dich und dann gleich den zweiten land die kommen jetzt noch mal neu und der zweite gewinner ist willi schult vielleicht gewinne ich wenn ich alle kommentare unter meinen kommentaren gesticke vielleicht dass jetzt auch deswegen gewonnen oder es ist einfach schicksal glückwunsch an dich dann schreibe ich mir deinen namen auch schon schnell auf gut dann glückwunsch an euch werden ich werde ich dann anschreiben ihr habt zwei red lines gewonnen dann bei was ich noch sagen will bei 400 abonnenten kommt das nächste giveaway das preis was ich vergeben werde weiß ich noch nicht irgendwas schätzt mal eine abp hyper beast oder so in die richtung also preislich etwas höheres und ansonsten war es das dann auch wieder von meinerseits wollte nur noch jetzt das video machen wo ich als die zwei gewinner bekannt gebe wenn es euch gefallen hat das gewinne generell leicht und abonniert oder leicht nicht und abonniert trotzdem zweimal ihr wollt ansonsten ciao und bis zum nächsten mal euer alex bis zum nächsten mal